Hallo, ich bin Nicole und habe für meine Kinder die Herlitz flexiblen Buchhüllen ausprobiert. Mit dem Erklärvideo sah das Ganze ziemlich einfach aus. Ich hatte aber meine Bedenken, ob ich als bastelunbegabte Mama das auch hinbekomme. Aber, oh Wunder, es hat tatsächlich geklappt und auch die roten Schutzecken sahen mit jedem Buch besser aus. Bei den großen Geschwistern habe ich tatsächlich alles ausprobiert was man sich so vorstellen kann. Ich habe Klebefolie verwendet und Frust geschoben, wenn es Blubberblasen auf den Büchern gab. Ich habe normale Folie verwendet und Unmengen an Tesafilmen verbraucht. Ich habe teure Hüllen fertig angepasst für die Bücher gekauft und ich habe sie professionell im Laden einschlagen lassen. Mit den Hüllen habe ich es tatsächlich hinbekommen und die Bücher sehen richtig gut aus. Ich denke, sie sind so stabil, dass sie tatsächlich ein ganzes Schuljahr halten können. Wir probieren das jetzt mal aus, ob das ein ganzes Schuljahr hält und bei uns kann das neue Schuljahr mit den neuen Büchern kommen.